Der Kult hat einen Namen, damals in den 50er, 60er Jahren. Kreidler, das Moped war es für die Halbstarken. Und heute kann es immer noch Begeisterung auslösen, vor allem bei Männern mittleren und fortgeschritteneren Alters. Am Lenker sind immer noch oft die, die schon mit 16 eine Kreidler unterm Hintern hatten. In Neuwied, da haben sie sich getroffen. Sie machen Krach und sie machen Blau. Auf der Kreidler fühlen sich die Veteranen noch mal so richtig halbstark. Denn die meisten von ihnen waren schon vor 50 Jahren genau so unterwegs. Es gibt schon Leute, die sagen es noch drastischer, die alten Böcke auf den Moppids, das ist doch total blöd. Das gibt es schon, aber eigentlich empfinden wir das als Kompliment. War damals schon Kreidler. Vor Zünderbund Herkules war Kreidler eigentlich der Mercedes. Oder der Manta, denn der Fuchsschwanz gehörte auch hier dazu. Also ab 90 fängt er an zu bremsen. Dann legen wir die Nase auf den Tank und dann gleicht sich das wieder aus. Er holt alles aus den 6,25 PS raus, was geht. Ältere Männer auf ihren knatternden Kisten. Doch es gibt auch junge Männer, die auf einem Moped aus der Vergangenheit durch die Gegenwart fahren. Wenn es nicht gerade streikt. Bis hier nach Neuwied hat sie fast ohne Probleme überlebt, aber dann hat sie Zündungen immer mitgemacht. In den 60ern und 70ern wollten fast alle Jugendliche so ein Moped haben. Aber? Das konntest du dir gar nicht erlauben mit 16 Jahren. Die hat 1.000 Mark gekostet. Mein Vater war Bauingenieur, der hat 1.200 Mark verdient. Und das Schlimmste war die Versicherung, die hat auch 1.000 Mark im Jahr gekostet. Wann hatten Sie denn dann Ihre erste? Äh, vor 4 Jahren. Eine Kultmarke, die alte und junge Fans begeistert. Robuste Technik und Chrom statt Plastik. Das macht es aus. Wer einmal sein Herz an diese Mopeds verloren hat, der kriegt es nicht mehr zurück. Ich finde, so ein Baumarktgerät hat keinen Charakter mehr. Man setzt sich drauf, dreht den Schlüssel um. Wenn was dran ist, fährt man in die Werkstatt. Aber hier dran, ja, dann geht man eben bei sich zu Hause in die Werkstatt. Bei jeder Schraubenumdrehung entwickelt das Ding wieder einen anderen Charakter. Ich finde, das macht es gerade aus. Ja, die braucht man in der Eifel, wenn die Kühe auf der Straße stehen, um die zu vertreiben. Aber die Wahrheit ist, in Deutschland durften Mopeds wie dieses nur eine Klingel haben und Dauerabblendlicht, weil man dafür nur den kleinen Führerschein brauchte. Und um den Fahrer nicht zu überfordern, hat der Gesetzgeber dafür eine Klingel vorgeschrieben. Das ist natürlich Blödsinn, weil hören tut man ihn nicht. Dafür hört man den blechernden Sound umso besser. Auf dem Zweitakter entwickelten sich übrigens auch so manche Zweisamkeiten. Ich habe meine Frau auf der Kreidler näher kennengelernt. Als Student bin ich immer mit dem Moped in die Uni gefahren, obwohl es nur ein Kilometer war. Dann sind wir nach der Vorlesung auch mal zusammengefahren. Das ist schon so. Haben Sie die Frau noch? Ja. Das Moped auch? Ja. Bleibt nur die Frage, welche Liebe unkomplizierter ist. Die zur Frau oder die zur Kreidler? Wie auch immer, nächstes Jahr wollen alle wieder mit am Start sein. Und das war mein Bali. Ich bin so.